Ich wünschte, ich hätte weniger auf Binschirme gestarrt. Ich wünschte, ich wäre neugieriger auf andere Geschirme. Ich wünschte, ich hätte keine Angst vor Dingen gehabt, die gar keine Angst machen sollten. Auf dem Graf von meinen Großeltern stand auf dem Grafstein der Name von meiner Frau, die niemand kannte. Die Entscheine muss existieren und schreien zwischen nicht existieren und nicht existieren. Nichts existiert, solange man es nicht beobachtet. Ich sehe dich. Ich spüre dich. Ich hoffe, du schmierst mich auch. So, so you think you can come now. Hell from Hell.